Hallo, ich bin Tanja, Jugendwartin beim Hannoverschen FC. Hallo, ich bin Luisa, ich bin Übungsleiterin beim HSC und trainiere dort die weibliche C-Jugend und bin Co-Trainerin der ersten Damen. Genau, wir sind heute super happy hier zu sein, bei dieser tollen Aktion, gefördert vom Landessportbund. Und wie ihr sehen könnt, wir sind ja schon ganz viele Kinder am Start und wärmen sich gerade auf. Wir sind ganz begeistert hier sein zu dürfen und hoffen, dass wir ganz viele Kinder heute motivieren, sich mehr zu bewegen und wieder Lust auf Sport zu bekommen. Wir vom Hannoverschen SC befinden uns gerade beim Aktionstag Startplan in Zukunft, gefördert beim LSB. Und für mich als Übungsleiterin ist das ein ganz tolles Projekt, so kann ich den Sport wieder in die Schulen bringen. Die Kinder hatten durch die Corona-Phasen sehr lange Sportpausen, hatten nicht so das Vereinsleben und so können wir das Vereinsleben wieder in die Schulen bringen. Und das ist ein ganz tolles Projekt, wo auch ihr mitmachen könnt, als Verein, als sportbegeisterter Verein. Ihr könnt euch da einfach beim LSB bewerben, ihr bekommt dann auch eine Förderung für euren Verein, der natürlich das Vereinsleben für euch selber auch nochmal voranbringt. Und bei so einer Aktion könnt ihr sehr viel Nachwuchs regenerieren. Genau, also wir hoffen auch, dass wir heute ganz viele Kinder bei uns in den Hallen und auch auf den anderen Sportplätzen wiederfinden können. Und ja, wir beide finden, dass es eine ganz super Aktion ist vom Landessportbund. Genau, top, top.